Diese Scheine... Ach, ich muss das Level abschließen. Oh, war doch schnell. Das ist ja kein Act. Das machen wir jetzt innerhalb von einer Minute. So. Zack. Dann laufen mit dem Kreis. Dann laufen gegen dem Kreis. 1, 2, 3... Hinter dem Scheik. Dann stehen wir hinter dem Scheik. Alter. Vertraut, wir haben meine Lampe gesehen, ey. So. 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 Auf das 1-Up scheiße jetzt. So. Zack. Zack. So. 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 Schlawiner. Okay. Das passt auch. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nicht ernsthaft. Schlag die. Okay, ich dachte schon, das wäre es jetzt gewesen, Leute. Das wäre es jetzt gewesen, wenn es jetzt so billig wäre. Ich beiß mir in den Arsch, wenn es in den raunen Blöcken da ist. Dann beiß ich mir in den Arsch. Mission Rettet Toadette. Wingo's Wachturm. Oho. Kämpfen wir jetzt gegen den Raben, hm? Help me, help me, help me. Ich erinnere mich irgendwie an Zelda tatsächlich. The Wind Waker. Das war auch der erste fette Boss, den wir bekämpften. Okay, der zweite nach dem Feuerbund. Oh, Magie kann da also auch. Das ist auch ein Mädchen. Kann es sein. Tatsächlich, gell? Oh Gott. Wie schlecht. Wie schlecht. Wie schlecht. Alles klar. Ich verstecke alles mal hier. Und das. Dann machen wir hier einen Edelstand. Was? Alles klar. Aha, okay. Nein. Dann kommt einfach zu einer Seite hin. Aber wie? Ach! Fuck! Denk doch mal nach, Junge. So, wie komm ich jetzt da rauf? Hm. Da müssen wir rauf. Wir haben hier den einen, können wir wahrscheinlich genug vergessen. Bis jetzt nicht, wie wir da noch mal ran kommen. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Das war jetzt knapp. Jetzt müssen wir noch mal herkommen, hierher. Ich hab keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ich hab mir halt den einzigsten Weg sofort verbaut, aber instant. Das heißt, wir müssen noch mal herkommen. Und das kann ich jetzt scheiße noch mal machen. So. Wir warten wieder, bis sie auf der anderen Seite ist. Nicht hier, du dummes Mädchen. Oh, Mann. Dankeschön. Wir warten wieder. Oh, wir sind hier. Ah! Das ist halt. Alter! Alter! Okay, okay, okay. Was muss man? Ah! Danke schön. Dankeschön, Dankeschön! Hallo! Hier bin ich! Das wird so einen schönen Schatz wegwehen. Alter, ich hab das gesehen, was für ein Musch. Und da fliegt der Gehne. Und da haben wir unsere Sternentobadette wieder. Das war's. Wo ist der Stern? Nein, die Frau wollen wir nicht. Wo ist der Stern? Der Stern? Nein. Die holen. Nein. Nein. Okay. Ich würde sagen, das war's mit diesem Let's Play. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Wir verlassen uns das Level. Frau lassen wir hier. Tschau. Ein Schwan. Ein Schwan. Willkommen zurück zur nächsten Runde. Und die Frau müssen wir leider rausholen. Das hilft nichts. Wir wollen noch was zum Snoo-Snoo machen. Und der hat auch noch den Stern geschnuppt. Das ist schmissstück. Das ist schmissstück. Also alles für sich durchgemacht hat. Das ist schmissstück. Zwei Stunden Abendfeuer. Ja, du interessiert mich gar nicht. Der Stern ist gut. Der Stern ist wichtig. Nein. 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 Tschüss. Tschüss. Wir fahren. Gehen Sonnenuntergang ein. Es ist ja schon Sonnenuntergang. Alter, das willst du mich jetzt verarschen? Ernsthaft? Nein. Nein, oder? Zwei Stunden. Du willst mich doch komplett verkohlen jetzt. Alter. Können wir das nicht? Meine Fresse. Zwei Stunden. Das glaubst du selbst nicht. Alter. Wo sind meine 70 Level? Jetzt kommen wir wahrscheinlich noch als Sonderding. Ohne Story. Alter. Ich kann es vor allem nicht abbrechen. Es tut mir leid. Ihr müsst euch das jetzt leider reinziehen. Ich kann es nicht abbrechen. Ja. Das war es auf jeden Fall noch nicht. Wenn, dann werde ich sauer. Dann werde ich sauer. Und werde alle, mein Let's Play werde ich übertonen. Und werde eine 15 Minuten-Draube-Folge draus machen, indem ich einfach einen Speedrun ha-ha mache. Indem ich einfach komplett alle Videomaterial nehmen und einfach vorspielen lassen. Zehnfahrergeschwindigkeit. Ich kann mich verarschen. Jawohl. Jawohl. Ja, sehr schön. Sehr gut. Bin nicht gut. 70 Münzen. 75. 65. Viel Fortschritt gespeichert. Oh, wir kriegen ein neues Buch. Aha. Alles klar. Noch mal Glück gehabt. Wir haben noch mal Glück gehabt. Wir sind ganz, ganz hart davon gekommen. So, wir haben eine Marke bekommen. Das heißt, ich schätze mal, es gibt drei Marken für das Buch. Das heißt, alle Diamanten gesammelt, alle Bonusaufgaben gemacht und erfolgreich beendet. Schätze ich. Gut, jetzt eine reine Schätzung, aber ich denke, das ist so. Dann werde ich mal jetzt das zweite. Wir müssen uns noch mal das Endscreen angeben. Ich hoffe es nicht, aber es kann leider sein. Vielleicht. So, wir müssen fleißig Münzen sammeln. So. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen abzukürzen und schneller zu machen. So. So. Dann musst du echt die Frau retten. Ich dachte, wir können die da lassen. Fehlend. Fehlend. Ohne Frau. Nicht mal. Nicht mal. Ich meine. Frauen werden respektiert und gerettet wie immer. So. Alles klar. Ja. Naja, die zwei Rüben müssen wir da unten noch mitnehmen. Ja. Müssen wir noch mitnehmen. So. Wir sollten jetzt vor dem Raben da sein. Genau. Passt. Und diesmal nicht sofort rücken. Nicht sofort rücken. So. Wir holen erst mal das. Genau. Und holen uns die Münzen ab. Bonusaufgabe waren 75 Münzen, oder? 75 Münzen waren es, soweit ich weiß. 75 Münzen. So. Passt. Nein. Guck mal. hast du nein 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 du musst auf jeden fall so noch mal ein zyklus abwarten weil ich so dumm war so jetzt hopp mache ich schneller hier noch mal in Deckung gehen, nehmen wir die eine Münze noch mit ja, 75 Münzen schaffen wir locker alles klar gut, passt würde ich sagen, machen wir uns rauf rauf und auf davon ach so, nein, uns fehlt eine Münze eine Münze eine Münze nein ach wie doof das ist doch dumm jetzt ist das noch mal machen ich werde wahnsinnig nee nee, 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 ich würde sagen, jetzt erst mal langs dann ein bonus regen dann machen wir mal gesondert was aber nicht jetzt das könnte, nee und ein uphits Upsala, da haben wir nicht aufgepasst. Das schöne, schöne Golf wird vom Turm geschmissen. Ach, kommt schon, ey. Fickt euch. So als sonst mehr. Keine Lust, nein, nein, nein. Ich bin so dumm, aber es ist in Ordnung. Ich bin einfach nur so dumm. Man wünscht sich, ich würde mich nie fortpflanzen. Hey, den Screen kennen wir aus der Folge 0. Den kennen wir irgendwoher. Oh nein, die wird schon wieder entführt. Ach komm, Mädel, ey. Was kannst du eigentlich? Du bist schon wieder entführt. Oh Gott. Schon wieder. Ach nein. Nein. Ach, nein. Ach, cool. Jetzt müssen wir mit ihr weiterspielen. Ach so. Interessant. Oh Gott. Alles in der Hose. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.